Ja, herzlich willkommen meine Damen und Herren zu einer weiteren Runde Rock'n'League zusammen mit Jack Fleischhammer! Hallo! Hey da! Hey, was geht ab? Alles klar bei dir? Ja, ne Runde fahren oder was? Ranked oder was? Ranked oder klar ranked? Machen wir die weg oder was? Natürlich machen wir die weg, hallo? Die Kollegen? Ha! Was ist denn los? Wir haben doch keine Chance. Wir haben doch keine Chance. Gar keine Chance, man, hallo. Okay, also letzte Folge. Da musst du ein bisschen von sich selbst überzeugt sein. Ja, letzte Folge einmal gewonnen, einmal verloren. Ich bleib hinten. Oh, nachts ist es auch immer lustig. Du bleib hinten, okay? Schaffen wir, schaffen wir. Oh, der war jetzt nicht so übel. Normalerweise verursachst du da auch einen Abpraller. Oh oh. Den krieg der... Oh, schade. Kein Problem für mich. Oh, schön. Sie kommt. Ich bin hinter dir. Nein, ich dachte, der kriegt den. Oh, warte, warte, warte. Oh, der kam gut. Und der jetzt noch hier ein bisschen weiter... Ja, ja, der kommt auch weiter und da ist er drin. Nein. Der ist ein bisschen drin. Die sichere Dinger, die sichere Dinger. Ich sag's dir, jawoll. Der ist einfach Dinn. Der ist einfach Dinn. Der staubt dir noch den Hintergrund ab. Oh, das war echt richtig. Das war echt wichtig. Guck mal, der hätt drinnen sein müssen. Das stimmt. Kannst du mich auf Druck verlassen? Fuck. Brand vorbei. Geil. Okay. Tor ist Tor. Ich bleib hinten. Absolut, absolut. Nein, Fehler. Sehr gut. Hinter dir, Vorsicht. Ah, danke, dass du saßt. Ich brauche ein bisschen mehr Toro hier. Falsch, ich habe gesprungen. Nein. Fischi, soll ja hast du ihn auch. Nein. Ich probiere nochmal mit dich zu hauen. Ja, ich bin da. Gleich machen sie einen Fehler. Ein bisschen stören hier. Immer stören. Nein. Hast du das gesehen? Das passt zu dir, war das. Nein. Fuck. Oh, sehr gut. Ich bin ein bisschen out of control hier. Ich mache ihn. Schön. Schön, 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 schön. Schön, 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 schön. Yes. No. Der Kabel ist gut. Die sind leider auch ein bisschen sicherer. Mit dem, was die da machen. Ja, ein bisschen. Kannst du zurückgehen, bitte? Hinten. Quasi hinter dir die Seite ab. Jetzt hätte ich vorne sein dürfen, wa? Ja. Warte, warte. Ah, ich habe ihn fast reingedrückt. Oh, 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 oh. Torschuss. Alter. Das ist ein Spiel, ey. Guck mal, wen. Nein. Oh, gut. Dann schauen wir mal, was da. Der hat dich schon wieder verkackt. Oh, der ist drin. Der ist fast drin. Oh. Übel. Nein, zu früh. Das könnte jetzt, das könnte, nein, nein, das könnte jetzt dazu führen, dass die Tormank so nicht wird, so schlecht. Wir müssen uns das nächste Mal warm spielen, bevor wir hier diese komische Serie starten. Ja, jetzt haben wir ja zwei Folgen. Nein, aber nicht. Ach so, okay. Scheiße. Das ist drei Tage später, ne? Ja, ja. Ja, stimmt. Ne, eigentlich ein Tag. Es war ich. Eigentlich wollte ich gerne, ähm. Gar nichts sagen. Eventuell, täglich, aber täglich ist ja auch gut. Pass auf, da ist er. Guck dir das an. Guck dir das an. Hast du das gesehen? Hast du das gesehen? Jacky. Jacky. Oh, ja, das war, Alter. Die sind aber auch beide nicht gut gekommen. Und du bist sehr gut gekommen. Du bist ein guter Kommer. Du bist hinten? Ne. Oh, shit. Oh, oh, Jack, 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 Jack. Oh, nein, falscher Knopf. Ich habe einen falschen Knopf gedrückt. Ich wollte nicht springen. Oh, Mann. Weil er kam so leicht. Nice luck, haben sie geschrieben. Entschuldigung, Entschuldigung. Wie kann man eigentlich der... Mit dem... Bei mir ist es das Fadenkreuz... Also dieses links-rechts-Gedrücke. Ich merke schon, du willst da vorne, ne? Ach, hast du gemerkt, ja? Ja. Im Hintergrund... Ich gehört. Ja. Das macht aber eigentlich nicht so viel Sinn, glaube ich. Nee, ich glaube auch. Aber das ist, äh... Rishi, komm, du staubst da ab. Oh, ich wurde ein bisschen umgehauen hier dran. Macht nichts. Nein! Nein! Come on! Yes! Bam! Jack! Das war wichtig. Das war wichtig, ja. Das war wichtig. Hintergrund, mach dann. Oh mein Gott. Oh Mann, ey. So machst du es in der Augen manchmal. Dieses Spiel. Das sind halt richtige Gegner. Jetzt fahr du vor. Okay. Oh shit. Oh holy moly. Ich bin, äh, weiter hinten abgeschlagen. Komm zurück. Steht er dir ein Tor. Gut. Ja. Ja. Nein. Ah, doch, der rollt. Nee. Oh. Shit. Ich hab ihn dir ganz gut gefahren. Jawoll. Das war ne Vorlage. Das schaut er wieder an. Das war... Spielmacher. Oh, guck mal, wie schön. Ja. Wundervoll. Ja. Oh, das ist ne Vorlage. Schön zur Seite weg. Oh, perfekt, Digga. Ich fahr vor. Okay. Ah, shit. Ah, der bleibt vorne. Ja. Ja. Oh nein, 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 nein. Ich bin leicht dran zu bauen. Oh. Ah, wenn sich zwei streiten. Oh, sehr gut. Sechs Fleisch haben wir ein Tor. Nein, macht er nicht. Ah, ist okay, ist okay. Ich dachte, ich probiert mal, was? Oh, das war... Oh, Kenkletz, Kenkletz. Großer Fehler. Den macht er nicht rein. Den macht er nicht rein. Der auch nicht. Sehr gut, Jack. Oh mein Gott. Dribbel ihn nach vorne. Guck dir das an. Fisch, Fisch. Holy. Kommst klar? Oh, schön, dass du das Ding immer, immer diesen Boost nochmal benutzt da. Ja, der ist wichtig manchmal. Oh, shit. Nein, das ist der Tor. Oh, Mann, ey. Oh. Ich schreibe eine Entschuldigung. Ich habe geschrieben, ups. Er schreibt Entschuldigung. Ja, aber ich habe vorher ups geschrieben. Warum auch immer. Das ist auch nicht schreiben, das ist halt dieser Schnellknopf-Chat-Quatsch. Ah, okay. Wir hatten uns jetzt gar nicht abgesprochen, wer jetzt was macht, ne? Ne, das ist auch manchmal nicht so wichtig. Hängt ein bisschen hinten rum. Für den nächsten Abstauber. Oh. Aber leider kam ich da ein bisschen spät. 30 Sekunden. Oh, daneben. Schön. Regie. Nein. Probieren. Hau ihn weg, hau ihn weg. Ich bin da in dem Sprung, weil der Scheiß bei sich auch bewegt. Nicht zu passen. Oh. Na, komm, komm, komm. Ah. 10 Sekunden, 10 Sekunden. Alles ist gut. Alles ist gut. Wenn hier irgendjemand irgendwo hinspringt, bin ich am Start. Alles klar, alles klar. Wundervoll. Komm, mach noch Rind, mach noch Rind. Na, schade. Alter. Das war ein Sieg, wa? Das war ein eiskalter. Ja. Das war mal ein richtiges Sieg. Mit vier Abstaubertore durch Fleisch haben wir da, habe ich ja mal gewonnen. Echt? Ja. Oh, Mann, ey. Wundervoll. Wundervoll. Okay. Aber es ist okay. Also, wir sind noch nicht richtig Profimäßig unterwegs, aber es geht schon in die richtige Richtung. Mach mal eben an hier. Ich habe nämlich jetzt auch so ein Hufeisen als Antenne. Das scheint mir Glück zu bekommen. Okay, okay. Niklas. Ich bleibe hinten. Gut. Ich bin bereit. Eins. Feuer frei. Nein, Jack. Oh, okay. Barit. Ah, nein. Nein. Oh, Niklas ist gut. Niklas ist gut. Achtung. Ja, da hätten wir uns Zeit miteinander reden müssen. Ja. Oh, wie er den da rausholt hat, hast du das gesehen? Ja, das ist krass. Ich bleibe hinten. Ja, okay. Aber die Pros, glaube ich, fahren immer alle nach vorne. Ja, macht da nicht viel Sinn. Sehe ich so. Oh, shit. Weil er wirklich mal so sein kann. Ist das genau das? Entschuldigung, Fisch. Entschuldigung, Fisch. Ich bin am Chart, bin am Chart, bin am Chart, bin am Chart. Hast du den? Oh, gut. Der kommt mit dich. Ah, yes. Holy shit. Oh, ja. Yes. Oh, ja. Oh, der war schön. Der war richtig gut sogar. Der war hübsch. Der war richtig gut. Einmal rum. Komm, gucken wir uns nochmal an und lala. So schön, ey. Richtig schön. Lass mal beide fahren. Okay. Wir können gucken mal, was passiert. Passiert, dass keiner hinten ist. Ja. Wir können jetzt hinten. Ach, shit. Wir können jetzt hinten. Guck. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Komm. Nutz ihn. Ja, jetzt passt er mir den quasi. Jetzt spielt er mir den zu hier. Nein. Nein. Ah, rückwass. Boah, scheiße. Ah, ich hätte was sagen müssen, dass wir ihn lassen sollen. Ja, hättest du sagen sollen. Ich hab auch so hart verkackt gerade. Auch irgendwie. Nein. Der hätte auch drin sein müssen. Entschuldigung, gar nicht fürs Schreien. Ah, shit. Okay. Okay. Wir sind wieder da. Ganz ruhig jetzt. Komm. Schön. Ja, Maniklas ist darauf vorbereitet, aber... Jawohl. Ja, das ist jetzt nicht mit Fleisch, aber... Jawohl. Da klebt da eine Decke. D-d-d-d. D-d-d-d-d. D-d-d-d-d. Lass uns so die Tore angucken. Okay. Ich mag meine Tore. Da sind ja auch immer eigentlich alle schön. Da hast du völlig recht. Das stimmt. Oh, shit. Aber komm. Komm. Ja. Nein. Ich hätte mich drehen müssen. Ich hätte mich drehen müssen. Das hab ich nicht gemacht. Ich wollte das machen. Aber ich hab's nicht gemacht. Komm, der ist drin. Der ist drin. Jack. Yes. Ich geh manchmal zu früh vom Controller weg. Falls er nicht reingegangen wäre, hätte ich die jetzt verkackt. Weil ich schon mich gefreut habe. Ja, aber geil. Geil. Ah, danke. Geiles Ding. Du, du, du. Ich, 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 ich. Bleib mal hier. Ja. 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 Nein. Okay. Der ist doch wundervoll. Bam. Verwandelt. Die gehen gleich auf, weil sie so hart verlieren. Du. Ja. Hä? Guck mal, hier. Kommst du ran? Ja. Ja. Bäm. Bäm. Mach's auf, mach's auf. Du musst... Hättest dich fast rausgehauen? Nee, du musst den Freeplay angucken, man. Wenn der jetzt vorbeigeflogen wäre. Mach's auf, mach's auf. Mach's auf. Mach's auf. Oh. spiel bitte und hier zack und rein damit alter jetzt geben wir beide raufkomme ich probiere noch mal mittel oder hier ein bisschen bin hier außer ihr fecht leider zack ja 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 antäuschung die weise 11 noch zwei minuten ist klar ja man und die geben nicht auf niklas wollte wissen wo er war das ist jetzt auch am boden zerstört da kannst du auch nichts verreißen vorbei vor aufregung jetzt nicht aber auch aufgeregt warte warte das war ein großer fehler der da auch drin sein müssen eigentlich lassen wir ok ich bin in der mitte kommen wir stehen und kommen wir stehen und kommen wir stehen da wollte ich einen fall rückzieher machen hast du gesehen ohne ein Oh, nein. Jetzt hat er verkackt. Komm, dreh dich. Nein, Jack. Noch. Jack, das war fast ein Pass für die. Oh, das ist aber fast einer. Ach, Quatsch. Ach, Quatsch. Oh, Mann, jetzt geht es viel zu eckig hier alles. Nein. Nein, da machen sie halt noch ein Türchen. Ja, ja, klar. Muss doch. Ich meine, wir können, man muss noch ein bisschen, ne? Du. Ich? Wir beide. Ja, scheiße, nein. Hätte ich noch angeschoben, ne? Wir sind hinten vor dem Tor. Also vor dem. Oh. Bams. Schön. Deil. Nein. 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 Ach, die aufholen. Ach, aufholen. Ich erinnere mich, da war echt schön geschossen hier. Danke. Aber dann bin ich da nicht mehr rechtzeitig davor gekommen. Nein. Du gehst, ich bleib. Okay. Ach, da war jetzt Jack in der Mitte gekommen. Das hätt ich nur wissen müssen, Mann. Jungs, das musst du gar nur wissen. Bitte, 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 bitte. Nein. Okay, jetzt war ich zu euch. Ich dachte, er kriegt den noch. Alles klar. Ausreden über Ausreden. Oh, fuck. Nein. Jack, ich hau nicht weg. Oh, nee. Ich hau nicht nur weg. Ich mach noch ein Tor. Da hin. Oh, nein. Okay. Komm, Mann. Es ist ein Sieg. Es ist ein super Sieg. Es ist kein schlechter Sieg. 1171 Punkte. Yes. Wahnsinn. Wahnsinn. Dede. 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 Ja, das macht Spaß, das Spiel. Ich hoffe, es macht euch auch Spaß zuzuschauen. Und ich hoffe, dass wir bald mal so ein bisschen in die Pro-Liga kommen, weil wir so krass werden. Wir müssen ein bisschen üben noch. Wir müssen ein paar Tricks lernen. Wir müssen ein bisschen sicherer werden. Aber es ist alles auf dem richtigen Weg. Ja, ich sehe ich auch. Ja, absolut, absolut. Ich finde auch, wir sollten ein bisschen weitermachen noch. Also, das riecht nach Pro. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lass uns einen Daumen hoch an. Bis denn. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.